Oh ja, was machen wir denn heute? Das ist echt geil, Karren fahren. Ich freue mich schon. Ich bin der festen Überzeugung, eine Lebensmittelvergiftung ist keine Lebensmittelvergiftung. Das ist einfach nur Durchfahren. Ähm, mein Pimmel. Hölle, was hat die Karrensauen? Bado vorbei! Bado vorbei! Macht das Tor auf! Halt das Tor auf! Hey! Bado vorbei! Weiß noch gar nicht, was du hast? Bado vorbei! Hallo Dennis. Hi. Hast du schon richtig Bock? Richtig Bock! Oh ja. Oh, der hatte Felddienst schon. Das wird den Kameramann. Oh. Für den Dennis ist das so, als würde er mit der Jugendfeuerwehr wegfährt. Nur junge Kerle auf sich rum. Und junge Marja. Ich bin hier der alte Sack. Seid ihr alle schon gehypt auf die Kanufahrt? Juuu. Ja. Bist du schon gehypt? Wuh! Was macht der Autofahrer? Ein bisschen Uli. 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 Ich hab mir heute extra die Achseln rasiert. Ich habe keine Polypen mehr. Hast du schon richtig Bock auf die? Mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Joshi. Moin. Das ist der Laden. So, dahinten tun wir Kanufahren. Kanufahren ist so eine Sache, wir sind am diskutieren, ob das überhaupt Sinn macht. Man muss einfach hier besaufen, oder was? Mitten in dem Gemüse haben wir natürlich eine Fassbieranlage. Boah. Boah. Guck dir das an, flüssige Gold. Oh, die Brühe. Geil. Was ist das denn? Was ist denn das mit so einer Holzstrippe? Da kommt jetzt das Zelt hin. Oh, lecker schmecker. Oh. Freddy, kannst du hier unten schon mal aufmachen, dass wir gleich einfach raus können? Mh. 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 Wo gehen wir dann jetzt hin? Scheiße, Joshi. Wohin dann? Der hat ein bisschen Knalllag an seinem Auto. Oh. Hat sich mal die Nägel gemacht, he? Ja. Wir fahren jetzt Kanu. Oh. Dann schrauben wir uns nicht derwein rein. Guter Busch ist keine schlechte Arbeit. Das heißt immer wieder. Ah, Tüftü. Da kommen wir rein. Oh. Oh, ja. Ich spür mal den Druck. Oh, Alter, Joshi. Du bist ja richtig schön. Ja, das ging mal schon. Pinke Flamme. Pinke Hose. Okay. Wir haben nur Kubikmeter Wasser schon hier drin. Oh. Ja? Kommen wir mal her hier. Du Tiefseetaurer. Oh, ja, Lars, gib Gas. Ja. Ich bin hier mit Alex. Oh, ja. Und vor uns haben wir noch ungefähr 13 Kilometer Marsch. Hier haben wir Enten. Oh, Ente ganz gut. Ja, lecker, lecker. Da kommen die anderen. Voll drauf. Oh, nein. Ah, nein. Das war zu sehr. Ich wäre ein guter Titanic-Kapitän geworden. Ich werde im Eisberg vorbei. Oh, Achtung. Oh, nee. Achtung. Ach, scheiße. Wir haben jetzt die Schleuse. Und eine kommt vom Motorbrot. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. YouTube. Bist der Biest. Bist der Biest. Bist der Biest. Bist der Biest. Biest. 200 Millionen Abonnenten. Oh, Alex, du machst das richtig schön. Oh, nein. Oh, nein. Bist der Biest. Bist der Biest. Feuerwehrboot. Boah, ist das schön hier, wow. Freddy, wie hat es dir gefallen? Ja, auch hier. Was geht ab? Boah, das schmeckt. In meinem Dickenbauch tut das gut. Oh, Josi, was hast du denn da? Einwandfrei. Mit dem Land Rover. Mein Bettmann, mein liebes Grotte hier. Oh, oh. Oh, ja. Wenn ich mit euch Fotfall krieg's an den Nerv. Hören wir mal den Rasenmäher, Mann. Das ist Rasenmäher, Günther. Und der mäht gern Rasen. Und der ist früher mal Manfred. So, Josi. Oh, das schmeckt mir aber wie verrückt heute. Engelbert, Rausch. Ach, das ist wie es ist. Oh, guck mal, das esse ich immer nacheinander. Nein, wie die Absanesen, die essen auch immer erst den Reis und dann das Fleisch. Die Absanesen. Nimm noch bisschen Sauce. Nimm noch Sauce. Was haben wir denn da für Unterschiede von Dips? Das hatte ich schon, hier die blaue. Das ist sehr süß. Sweet and wild. Da finde ich aber die hier viel, viel besser. Mississippi Barbecue Sauce Original. Ich will nur mal so einen kleinen Reintipper. Also kurz hier so. Komm, ich spritze dir noch deine Wurst mal voll. Ey, kannst du bitte aufhören, meine Wurst so dermmaßen einzuschmieren? Weißt du? Sonst gefällt dir das, oder? Boah. Sorry. Sonst hast du immer erst mal mehr Wurst. Ja, ich will doch kaum. Ist das egal. So, erst mal los. Da ist noch ein Stück. Da wartet noch ein Stück auf dich. Boah. Dann kriegst du da rein. Ja, ich mach das vorgekalt. Die Wetterlage ist makaber. Feuchtfröhlich. Ab in die Rinder. Boah. Wissenschaftler haben herausgefunden und sind wieder hineingegangen. Wie nennt man einen Boomerang, der nicht zurückkommt? Stock. Was sagt ein Bauer, der seinen Trecker sucht? Wo ist mein Trecker? Das ist doch scheiße. Dann vergeb' ich mich. Was? Du musst helfen. Soll ich helfen? Sei da sicher. Das da? Das war ein Biber. Da. Ich hab noch nie einen Biber gesehen. Ein Boomerangurva. Bin mir ziemlich sicher. Ja, Pia Tolle. Joshi, was machst du denn grad? Ich hätt grad... Ich buch dir ne Hure. Ich mache aus und selbe zum Hure. Bilder mit Gesicht. Eigene Parkplätze vorhanden. Das ist schon mal wichtig. Ein eigener Parkplatz mitbringen ist schon gut. Nicht traurig. Ist auch in Ordnung. GC-Kartenzahlung möglich. Ist auch wichtig. Rollstuhlfahrer gerecht. Nehmen wir auch noch mal mit. Finale Worte zum Abschluss dieses Tages. Ihr seid alles Arschlänger. Argo-Friedeuse. Könntest du auch zu den beiden bisschen was erklären? Wo der herkommt und so? Ich hab hier auf den Flasch. Idiot, ne? Den musst du erst mal schwenken. Du hast gar kein Klingel. Du hast gar kein Klingel und gar keinen Briefkasten. Warum liegt da da ein Glas Bier auf dem Reifen? Was ist denn los hier? Ich komm gleich. Ne, es wird reichen wenn du hier rauskommst. Ja.